Hallo, mein Name ist Stefan Gorsch und ich möchte euch gerne einladen am 4. Oktober in den Gottesdienst der FG Bünde. Es geht darum, wie kann ich mich an die Kraftquelle Gottes anschließen. Und es geht auch um Nachhaltigkeit. Wir als Familie, wir haben seit ein paar Jahren Hühnern und wir hatten vorher überhaupt keine Ahnung von Hühnern. Und es war gar nicht so einfach und tatsächlich musste man sich aufmachen. Und das ist auch der Inhalt meiner Predigt am nächsten Sonntag. Sich aufmachen. Sich einlassen. Sich auf Neues hin ausstrecken. Und dann erfahren, wie die Dinge auch anders werden können und cool werden können. Dafür möchte ich euch gerne einladen am nächsten Sonntag, 4. Oktober in die FG Bünde am Röbekammer. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.